2-Stufige geregelte Aufladung Bei der 2-Stufigen geregelten Aufladung nutzt man zwei unterschiedlich grosse Turbolader, die in Reihe geschaltet sind. Die Abgase durchströmen bei kleinen Drehzahlen zunächst komplett die kleine Turbine, Hochdruckstufe, und danach den grösseren Turbolader, Niederdruckstufe. Die kleine Turbine erreicht dabei sehr schnell die notwendige Drehzahl, um ausreichend Ladedruck zu erzeugen. Der grosse Turbolader kann mit dem kleinen Abgasstrom keine wesentliche Arbeit leisten. Beide in Serie geschalteten Verdichter erreichen jedoch das notwendige Ladedruckniveau. Mit steigendem Abgasangebot öffnet sich eine Bypass-Klappe und Abgas kann direkt zur grossen Turbine strömen, ohne zuvor über die kleine Turbine zu gehen. Dadurch wird die Turbinendrehzahl der kleinen Turbine geregelt und die Drehzahl der grossen aufgrund des steigenden Abgasangebotes weiter erhöht. Nun verschiebt sich die Verdichtungsarbeit sukzessive von dem kleinen zum grossen Verdichter. Ist das Abgasangebot letztlich so gross, dass die grosse Turbine die notwendige Drehzahl für den Ladedruck erreicht, ist der Turbinenbypass vollständig geöffnet und die kleine Turbine dreht nur noch mit geringer Drehzahl. Zusätzlich öffnet sich nun auch der Verdichterbypass und die verdichtete Luft nach dem grossen Turbolader strömt nicht mehr über den kleinen, da keine weitere Verdichtungsarbeit notwendig ist. Die zweistufig geregelte Aufladung ermöglicht damit eine stufenlose Anpassung auf der Turbinen- und Verdichterseite, die auch höchste Anforderungen hinsichtlich Drehmoment, Ansprechverhalten und Leistung erfüllt.